Alexander, Dylan Brooks, R.J. Barrett von den New York Knicks, Kelly Olenigs mit Dennis Schröder an die Obst, Franz Wagner. Da reichen schon wenige Zentimeter. Dylan Brooks mit der Attacke nutzt seine Konfeits. Wagner nach dem Pass von Dennis Schröder. R.J. Barrett mit dem Spin und dem Punkt. SGA, der da oben navigiert beim Pick'n'Roll. R.J. Barrett aus der Ecke. Alexander Walker mit dem Kick, auch Pass. Barrett für drei. Ersten Viertel ist Alexander Walker genau in die Hände von Thiemann hinter den Rücken von Krämer. Das ist ein typischer David Krämer. L.H.L. Haynes. L.H. durch die Beine. Und dann ist es wieder Alexander in die Chance. Wagner, die Attacke gegen dort. Thiemann mit einer Händigkeit gegen Kelly Olenig. Unten ist Franz Wagner mit dem Mismatch. Schröder jetzt von außen. Das ist wieder eine Mismatch gegen Maudolo. Alleine in die Zone. Alles wild. Jetzt wieder auf die Physi-Entwicklung mit Daniel Theis. In diesem Falle Pick'n'Pop. Bisher noch nichts. Der gleiche Impact wie gestern. Schröder mit Tempo. Guckmann mit dem schnellen Outlet für Dennis Schöder. Die nur für ihn gemacht sind. R.J. Barrett über Daniel Theis. Das ist jetzt natürlich schon ein unangenehmer Deckard damit. Und den Vorsprung zweistellig zu machen, Dennis Schöder. Ansonsten sind es vor allem die sieben NBA-Spieler. Boah, Schöder für Theis. Es gibt was ein bisschen hoch. Guckmann sechs Sekunden noch auf der Uhr findet. Wieder Daniel Theis. Das ist es. Der Pass abgefangen von Shea Gilchers Alexander. Der mit Tempo in der Transition. Oh, ganz fein. Der Step-Back über Franz Wagner. Kurz, aber er holt sich seinen eigenen Offensiv rebound und takt sich durch in die Zone. Moritz im Pick'n'Roll. Das ist so ein bisschen das, auf was ganz Basco bei Deutschland wartet. Thiemann führt. Drei. Da ankommt mit dem Screen. Dann bleibt da unten. Da hat ein Crossover vorbei an Franz Wagner. J. Valhainz. Dieses Mal bekommt er den Ball rein. Zwei Sekunden noch. Valhainz über die Mittellinie. Für Drei. Guckmann mit dem Engine Pass. Aber den hat er mit dem Telegraphen verschickt. RJ Barrett. Oh, Olenek. Fake Hand-Off in den Dreier. Das muss ganz liegen. Johannes Vogtmann. Wieder Tackle. Barrett. Super Bewegung. Unterwegs. Barrett zur Mitte gegen Bonga. Mit Foul. Spiel zu gewinnen. RJ Barrett mit dem Dribbling gegen Johannes Vogtmann. Und er fällt. Das Miss-Mash gegen Kelly Olenek. Schickt alle weg. Eins gegen eins. Step-Back. Maodo. Lauferei. RJ Barrett. Gildes Alexander. Wieder der Crossover. Wieder schickt er Loh zu Boden. J. Gildes Alexander. Wagner schubst da Loh aus dem Weg. J. Gildes Alexander. Und in den Hand-Off. RJ Barrett. Wieder über Spread. 9 Sekunden. 8 Sekunden. Nichts wirklich da. Da ist jetzt Franz Wagner mit dem Cut. Super. Für Mo Wagner gegen Kelly Olenek. Mo Wagner geblockt. Der Ball ist bei Kanada. Schnelles Foul. Kommt zu spät. Kannada gewinnt den Super. Kannada gewinnt den Super. Kannada gewinnt den Super. Auf stöne.